Ja, wow, welch aufregender Raum, kein Hebel, kein nix, ich wette ich muss nochmal zurückkommen und ich wette das wird hier ein Gesuche, weil das macht doch sonst keinen Sinn, was sollen denn diese, was sollen denn die hier, die ganzen Richtungen und die ganzen Kämmerschen, wenn da nix ist. Ähm, jetzt musste ich dahinter, weil hier war ich und kam auch nicht weiter. As always, Moment, was ist denn da oben? Es gibt noch ein Oben. Ja, das ist ja schön. Äh. Ich will nicht wissen, was ich hier wieder alles verpasse. Mano! Und da unten kam ich ja nur, keine Ahnung. Brup. Nee, hier bin ich noch nicht langgegangen. Bei den Stufen oben ging's auch nicht weiter, ne? Glaub ich. Hallo, Arschlochviecher. Hallo, Kletterparty. Was soll man erzählen, hier kommt nix? Oh, Gott. Pierre? Äh, einmal den hier. Ja. Äh. Ähm. Hm. Nee. Mhm. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Niemals. Äh, ja. Keine Ahnung, gerade so. Im Sprung die Waffen gezogen, joa. Hallo? Das ist, das ist, das ist irgendwie zu still. Das ist zu still. Hä? Okay, warte. Da ist irgendwas mit Hangeln. Aber wie komme ich denn auf den oberen da drauf? Äh, Hau? Ja. Äh, wie wär's mit schießen? Äh, mit rückwärts springen? Mano, ey. Hässlicha, deja. Sieben. Lol. Läuft. Ich hab doch gesagt, das ist so ruhig. Wie süß die da aber stehen und auf mich warten, ne? Voll lieb, ey. Was ist jetzt hier? Ja, nee, ist klar. Ja, kommen Sie rum. Ey, ich wollte gerade sagen, Alter, was sind das da für Geräusche? Schon wieder. Es regnet. Oder ein Feuer brennt. Strange. Ähm. Mhm. Ist ein bisschen mulmig. Feuer. Feuer. Feuer, Falle. Schnell sein müssen. Feuer, Ball. Irgendwas. Medikit. Nice. Ja, okay. Ich muss irgendwie hoch. Schön. Irgendwie muss ich hoch und ich habe keinen blassen. Ja. Ja. Was soll die Lücke da? Ähm. Ja, 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 okay. Ähm. Was? Meinen Sie nicht ernst? Och, Nerv. Ey, das meinst du nicht ernst jetzt. Äh. Ja, schön. Und dann jedes Mal was verlieren. Ist doch behindert, Mann. Och, Leute. Nicht mit diesem Kacke Rutsche. Wirst du mir erzählen, ich komme da oben nur an die Kante ran, wenn ich diesen Scheiß hier beherrsche? Ja, aber wie soll sie denn, wenn sie seitlich springt, sich dann noch irgendwo festhalten? Das, äh. Jetzt haben wir doch rausgefunden, dass das nicht geht. Wie komme ich da oben hin? Ja, aber sie rutscht doch wieder hier runter, oder nicht? Ja, ja, oder gar nicht. Wie hast du die... Oh Gott. Nicht euer Ernst. Komme ich auch von hier da ran? Nee. Ja, toll. Wie soll ich das denn machen? Och Mann, muss das Spiel so kacke sein? Wieso... Wieso... Da kommt sie doch gar nicht ran. Noch ein Stück? Nee. Schön, macht sie gar nicht. Hi. Kling, klang, klang. Euer Ernst. Ey, aber ich krieg hier Magnum-Money. Lol. Als hätten sie es gewusst. Zweimal. Ist ja total lieb von euch, aber Leute, ich muss hier trotzdem irgendwie... Irgendwie. Mission Impossible now, oder was? Äh... Also ich... Ich glaube, es läuft stark darauf hinaus... ... 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 mal wieder ein Video dazu angucken muss. Ja, da oben ist glatt und gerade. Da oben würde man dann auch loslegen können, glaube ich. Oder, ja doch, um da reinzuklettern. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder nur ein Secret. Wir müssen ja irgendwo hier rechts aufs Haus kommen. Aber wie? Wie soll das gehen? Ich glaube, das Vorankommen findet soeben ein jähes Ende. Ja, und da oben, da könnte man sich... Naja, es geht aber auch nicht. Hä? Keine scheiß Ahnung. Und das ist auch nicht möglich. Also es bringt mir jetzt auch nichts, hier groß rumzuprobieren, weil... bei den Rutschstellen springt sie in Richtungen, in die es für mich unmöglich ist, da irgendwie... Und dieses Feuergeräusch, wenn es denn Feuer sein soll, kommt bestimmt irgendwie von oben oder so. Oder von nebenan. Und was diese Lücke da soll, habe ich auch noch nicht begriffen. Würde Sinn machen, sich da ranzuhängen, man kommt aber nicht hoch und man kann auch nirgendwo rüberspringen. Was also keinen Sinn macht. Was die Lücke zu Unsinn macht. Und da hoch kommen wir auch beim besten Willen nicht. Ja, und das schon mal gar nicht. Oder das Feuer ist hier hinter. Man weiß es nicht. Und das werden wir auch so schnell nicht rausfinden, weil ich einfach keine Ahnung habe. Es muss wohl irgendwo hier oder aber den Gang nochmal zurück und da dieses andere, wo man oben raus kam, kommen konnte. Vielleicht kann man da doch irgendwie rein, um dann hier irgendwo oben anzukommen. Ich habe keine Ahnung. Ich plage mich jetzt hier nicht mit 10.000 Sprungversuchen. Ich werde einfach mal gucken gehen. Ne? Ja, Meise. Und dann sage ich mal, bis gleich. Aha. Der Kompass sagt, wir sollen woanders hin. By the way, da bin ich wieder. Ähm. Allzu viel habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Wo bin ich hier? Allzu viel habe ich noch nicht rausgefunden. nur einen witzigen Funfact, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und an einer Stelle war ich ja noch gar nicht. Ja, genau. Gut, dann klemmen wir uns erstmal den Funfact und dann gucke ich erstmal, mhm. was hier so ist. Denn genau hier ist der gute Rami gerade lang und ich habe mir gedacht, nee, nee, Moment, äh, Pause. Ich, das will ich selber rausfinden. Äh, hehehe. Hehehe. Wow. Ich sehe dich. Nur ob du Pierre bist oder ein Oranguta, ach nee, ein, äh, Gorilla, das, äh, weiß ich nicht. Ein Gorilla. Okay. Okay. Oh Gott, ist das groß. Alter, Finne. Also ich glaube, das, äh, das Rätsel, Quatsch, das Level wird mich einiges an Zeit kosten und ach, da kann man dran ziehen. Ja, bitte. Kommen Sie. Nee. Da. Ja, nu, komm doch her, Kollege. Hören Sie auf, sich festzubacken. Ja, nu. Läuft bei dir. Sind das jetzt Türen oder kann ich dran ziehen? Oh Gott. Oben links sieht man ein Zeichen nicht. Dann haben wir da ein Nippel und ein Y und ein Y und ein Nippel. Na, läuft. Äh. Okay. Machen kann sie dann nichts. Bisher also sind das Türen. Da kann man rumklettern. Ich höre schon wieder dieses Gebritzel. Ach, guckst du, hier ist ein Y und vier Nippel? Na, das ist doch... Oh Gott. Und da oben sind ein paar Hebel. Okay, jetzt heißt es rätseln. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Und da kann man hoch. Da kommt doch noch ein Affe. Komm, erzähl doch nichts. Ja. Grummeln ist auch nett. Kein Affe mehr. Oha. Alles klar. Nicht. Aber macht nichts. Äh. Bringt mir nichts. Da komme ich nicht hoch. Oder doch? Äh, Bong. Äh, nein. Ich habe ja ein bisschen Schiss, dass aus den Türen da irgendwelche... Ist da der Weihnachtsmann hinter? Oder sind das Stacheln? Oh, scheiße. Das sind Stacheln, oder? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Und hier kommt sie aus dem Stand nicht hoch. Schön, immer so scheiße knapp, ey. Oh, oh. Okay, und da kommt man auch nicht hoch. Heißt also... Nee, hoch. Heißt also... Dein Ernst? Och, Mädchen. Nein. Oh. Ähm. Einmal so. Und einmal so. Und! Jawohl. Ach, du Scheiße. Da ist nichts drauf. Och, muss ich jetzt echt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich hier jedes Mal wieder hochklettern muss, ja? Dieses knisterige Döns ist ganz schön nervig. Ist da ein Loch im Boden? Äh, wir werden es hoffentlich bald herausfinden. Ähm. Ja. Ähm, einmal den. Aus dem Stand. Nein. Schade. Nein. Hm. Das wird jetzt wieder witzig. So, das bringt nichts. Oh doch, da hinten. Das machst du aber aus dem Stand, oder? Komm. La, la. La, 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 la. Alter, Finne. Das wird jetzt wohl ein bisschen dauern hier. Was? Ob du Scheiße bist? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ähm. Mann, oh. Es wird frustig. Hm. Schön. Ne, 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 spring! Oh, halt dich fest! Okay, jetzt mal im Ernst. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll das denn gehen? Es wäre mir neu, dass sie sprinten kann. Oh, unten Medikid! Hä? Wie soll das denn gehen? Äh, also... Wie soll der Scheiß? Wie soll der Scheiß? Ecke traurig! Ne, da ist aber auch keine Kante... Also hier keine... Ritze, wo man sich hangeln könnte. Wie... Hä? Wie soll denn das vonstatten gehen? Bitte? Und was hat es mit dem Balkon auf sich? Bitte? Na gut. Das ist aber eine schöne Sicht. Nicht. Ja. Hüße! Ja. Oh, einmal kurz Ruhe vor dem Gebritzel. Ja, aber was habe ich denn dann da... Naja, mal gucken. Mal gucken! Irgendwas werde ich schon davon haben. Hüße! Ja. Hat keiner gesagt. Mhm. Äh, ja. Äh, ja. Vielen Dank.